Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Star Wars, die die Power Battles Episode 1. Und ja, wir waren ja beim letzten Mal in das Spiel gestartet und haben das erste Level auf dem Schiff der Handelsföderation erledigt. Und jetzt müssen wir hier auf dem Planeten Naboo die Druiden platt machen und Jar Jar Binks. Ähm, ja, beschützen. Würde ich sagen, machen wir das mal. Allerdings hängt das gerade wieder ein bisschen, deshalb... So, genau. Und da sind doch schon Druiden. Und zack. Ah, schuldammt. Und zack, hier direkt wegmachen. So. Ach, genau, Leute. Schönes Star Wars-Mocke. Und, oh, was steht denn da hinten? Schau mal da. Da stehen Panzer oder was? So, zack. Ey, du Peller. Nix da. Ach, das macht doch schon wieder Spaß hier, ey. So. Und hier. Dann hier jetzt. Ey. So. Dämlicher Droide. Wow. Wow. Wie viele hier sind. So. Mach die mal alle platt hier, so. Oh, geil. Okay. Und dann... Der trifft mich wieder nicht, ne? Das ist irgendwie dämlich. Und jetzt. So, wegmachen. Und jetzt. Zack. So. Äh. Wir können hier irgendwelche Kombis machen, ne? Wir können hier irgendwelche Kombis machen, ja? So. Aua. Oh, ihr Penner. So. Zack. Oder Moment mal. Muss ich gleich nochmal schauen hier. So. Und... So. Zack. Zack. So. Wie war das jetzt nochmal? Äh. Kommt, Sprouls. Es gab doch irgendwelche Kombis, aber gut. Ist egal. Kann man das hier kaputt machen vielleicht? Ne. Okay. Da ist aber eine Granate und hier... Wow. Und hier ein Leben, genau. Oh, ey, du. Ey, du Penner. So. Die sind ja... Die sind ja einfach. Die sind ja echt einfach. So. Oh. Oh, cool. Schau mal. Cool. Das... Das konnte ich eben noch nicht beim letzten Mal. Cool. Okay. Wow. So. Ey. Ey. Ey, ihr Penner. Ey, ihr Penner. Ey, wirklich. So. Wie ging das jetzt? So. Granate. Zack. Cool. Leute. So. Und... Zack. So. Wow. Ach, du Scheiße. Und hier. Zack. Macht die einfach alle platt, ey. So. Und weiter geht's hier. Perfekt. Oh, cool. Cool, cool, cool. Ja, die Steuerung. Äh, Boss? Oder was ist hier los? Äh, was ist hier, Leute? Hallo? Ah, nee, das ist einfach nur eine neue Kamera. Okay. Jar Jar. Ja, hi. Jar Jar. Was machst du für Sachen? Ja, Jar Jar Binks aus dem Episode 1, Leute. Ach, du Scheiße. Was ist das denn? Was ist zur... Was ist... Was ist zur Hölle? Was ist das denn? Muss ich da irgendwas machen? Nein. Okay. Verdammt. Okay. Nee, man muss einfach laufen. Okay, ich verstehe schon, Leute. Wir müssen einfach laufen. Oh, nein. Die habe ich doch eben so stylisch platt gemacht hier. Ach, verdammt nochmal. So. So. Äh. Ja, gut, komm dann. Komm dann. Komm dann so. Dann hier. Zack. Jetzt. Ah, das macht den Platt da. So. Und hier. So. Genau. Perfekt. Ah, so funktionieren die Kombis. Also, okay, ich verstehe schon. Ach, Leute. Leute, das kann doch nicht wahr sein. Dass ich die nicht treffe hier, ey. So. Genau. Und hier. Ah, alter Schwede. Okay, egal. Nimm dir hier die... Schmeiß einfach eine Granate. Schmeiß einfach eine Granate. Das geht am einfachsten. Aber ich bin fast tot, ne? Merke ich gerade. Ich bin fast tot. Okay, dann brauche ich einfach hier die... Das Leben hier. So. Perfekt. So. So. Und hier. Zack. So. Die Kombi, die hatte ich damals echt noch nicht. Gut. Die haben wir erledigt. Ah. Ach du Scheiße. Okay. Okay. So. Zack. Und hier. Jetzt. Zack. Und hier. Äh. So. Ja, das trifft schwer. So. Ja, gut. Egal. Dann haben wir das. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid. Bei guten alten Star Wars, hier die Power Battles. Und äh. Ja. Freut mich, dass ihr das heißt. Ich hoffe, dass ihr das heißt. Ich hoffe, ihr gefällt. So, Leute. Äh. Da dürfen wir also nicht rein. Aber ich verstehe schon, ja. Ja. Ah. Okay. Ich verstehe schon. Aua. Blöden Viecher da. Okay. Jar Jar. Komm mal her. Hau einfach vor diesem Ding ab. Ah. Perfekt. Wunderbar. Wunder Bärchen. So. Ach du Scheiße. So. Das sind aber ganz schön viele hier, ey. So. Das sind aber ganz schön viele hier. Äh. Oh. Oh. Ah. So. Liebe Leute. Äh. 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 Zack. Ach so. So. Dann. Genau. Schöne Kombis hier. Was haben wir da hinten? Ah. Geil. Powerlichtschwert. So. Und dann. So. Zack. Zack. Leute. So muss das gehen. So muss das laufen hier. Zack. So. So. Das Powerlichtschwert schon wieder weg. Äh. So. Ach komm schon. So. So. Wir laufen einfach hier durch den Wald von Naboo. Zack. So. Ach du Scheiße. Es sind ganz schön viele hier, ey. Ganz schön viele Droiden. So. So. Der ist schon mal weg. Verdammt noch mal. Mach den halt platt. So. Ey. Penner. So. Ey du Penner. Oh der hat drei. Der hat auch mehr Leben irgendwie als die anderen, ne? Gibt mir ein bisschen Musik hier. So. So. Zack. Genau. Ja. Dann schießt. Dann ballert. Na danke. Genau so Leute. Zack. So macht man das. Da oben ist ne Energie. Ach du. Äh. Was. 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 Äh. Ich will hier hoch. Ich lass mich wieder hier hoch. Ich brauch die Energie hier. Ich brauch die Energie. So. Und. Und. Zack. So. Ganz genau. Hier. So. Ey. 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 So Leute. So geht das aber mal gar nicht hier. Und. Zack. Ey. Ey. So. Weg machen. Weg mit euch hier. Ja komm. So. Und weg. So. Was haben wir hier? Ach du. Uff. Uff. Okay. Äh. Okay. Warte. Zwei. So. Weg damit. Die überleben. Die haben überlebt. Das kann noch nicht wahr sein. Die haben das überlebt. Wir haben das überlebt hier. Okay. So. Das ist. Vollheilung. Okay. Cool. Uiuiui. Kann ich da noch hoch? Ja. Für die Medizin da. Ja komm dann. So. Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Fröche. Oh. Oh. Okay. Minus. Nein danke. Minus 10 will ich jetzt nicht haben. Was haben wir denn hier? Ah. Wir sind wei... Ah. Jump and Run Passage. Cool. Cool. Jump and Run Passage hier. Hä. Interessant. Okay. Alles klar. Jump and Run Passage. Alter. Das ist aber ganz schön hart hier. Wow. So. Okay. Jump and Run. Oh. Was ist denn da draußen passiert? So. Ah. Cool. Okay. Alter. Alter. Was zur Hölle? Okay. Geschafft. Oh. So. Was bleibt da mit? Was ist das da hinten? Ey. Ey du Penner. Ey du Penner. Geh mir mal nicht auf die Nerven hier ey. So. Schieß deinen Allkameraden ab. Genau. Zack. Ey. Ja dann. Ey. So. So. Was ist das da hinten jetzt? Ich mache hier mal gerade einen Speicherpunkt. Oh da. Okay. Gut. Ey. Hä? Ey. Ah hier. Ah verdammt. Verdammt. Okay. Nein. Zwei Granaten weggeballert hier ey. 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 So. Beide weg hier. Ah jetzt fängt das mit den Abgründen an. Oh nein bitte nicht. Bitte. Ach du Scheiße. So. Dann weg damit. Ja. Okay. Was haben wir hier unten noch gehabt? Ja dann schießt. So. Okay. Äh. Hier war da auch noch was. Ach du Scheiße. Äh. So. Okay. Gut. Alles klar. Hier gibt es nämlich auch geheime Secrets ne? So. Okay. Äh. Bevor der dich dann nervt. Schmeiß einfach eine Granate hin. So. Weg mit dem. Alles klar. Gut Leute. Dann. Geht es hier weiter. Ach du Heilige. Oh Gott. Äh. Okay. So. Hat ich Steuerung Sitz so langsam. So. So. Weg mit dem. Ach du Heilige ey. Das sind aber echt ganz schön viele du. Na dann. So. Und. So. Zack. Sehr schön. Aua. Na komm. Treffen muss gelernt sein Kollege. Kann man die Kamera nicht irgendwie. Aua. Aua. Ich bin gleich wieder tot ey. Alter Schwede. Was ist denn da oben? Ja. Aber was. Ach du Scheiße Leute. Nein. Ach du Scheiße Leute. Ah. War doch die Heilung Mann. Ach ich Idiot. Ich Idiot. Verdammt. Okay. Egal. Äh. Nochmal von vorne hier. Der Kack. Ja. Äh. 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 Mann. So. Oh. Das ist aber voll weit weg. Naja gut. Egal. Leute. So. Sack. Und dann hier. So. Weg damit. Dann hier. Weg damit. Ach verdammt. So ey. Treffen muss gelernt sein Kollege. So. Alles klar. Da kannst du mal weiter gehen. Das war schon Spaß hier. Das war schon richtig. Muss ich sagen. Äh. Ach Mann. Wieder eine verballert. Verdammt. Da wollte man was mal cool machen hier. So. Äh. So. Genau. Was ist das jetzt hier für ein Boss? Ah das ist ein Boss Droide hier. So. Ich schmeiß aber eine Granate hin ey. Mann. Weg mit denen. So. Zack. Zack. Hallo? Ey. Das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein. So. So. Alles klar. Perfekt hier. Zack. Das war schon Bock. Ja. Muss ich sagen. So. Wir müssen also Jar Jar beschützen. Okay. Äh. Kommt. Und bevor ihr mir auf den Sack geht. Vor allem die überleben das. Das ist ja so krass. Die überleben das. Die überlebende Granate. Das ist heftig. So. Vollheilung. Ultraschmiede. Nimm dir noch die Medizin da. So. Ach. Nein. Jetzt muss ich wieder hier oben auf dieses Ding da drauf. Verdammt. Da unten war aber. Genau. Da ist ein Item. So. Oh Mann. Die erste trickige Passage hier ey. Tatsächlich. Ach Mann. Geht's halt nicht. Okay. Äh. Verdammt. Verdammt nochmal. Ach Leute. Kann ich nicht hier irgendwie hin? Doch. Ich kann doch hier hin. Ich kann doch hier hin. Und dann. Von hier da drauf. Oder? Das nervt mich da unten. Ah. Ne. Da wollen sie mich nicht. Okay. Okay. Ja gut. Dann. Dann hier. Zum Glück kann man hier. Ach verdammt. Das ist schon tricky hier. So. Ich wollte sagen. Zum Glück kann man hier zweimal springen. So. 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 Okay. Gut. Und dann hier. Ach du Scheiße Leute. Das ist ein Adventure ja. Ein Abenteuerspiel. Oh. So. Okay. Alles klar Leute. Dann. Komm hier wieder. Ja. Okay. Sehr schön. Jetzt kommt die Gegend hier. Ach. Ja dann. So. Dann. Treffen muss gelernt sein Kollege. So. Sack. Sehr gut. Alles klar Leute. Dann. Die ist runtergesprungen. Geil ey. Wie blöd die manchmal sind hier ey. So. Ja dann. Treffen muss. Ja. Treffen muss gelernt sein. So Leute. Dann. Aua. Ja dann. Ach dann. Dann. Äh. Hau ab. Haust du ab. Der fällt nicht runter. Warum fällt der nicht runter. Verdammt. Okay. Ja gut dann. So. Bevor du mich hier nervst. Ja dann. Hau ab. Uhhh. So Schwede. Oh nein. Nein. Jetzt hau ab Mann. Hau ab Brüder Droide. Sehr gut. Puh. Okay. Alles klar Leute. So dann. Nein. Oh. Gott sei Dank ey. So. Dann. Weg machen. Zack. Oh perfekt ey. So. Das sind echt Powerbattles hier ey. Hier die Powerbattles ja. Alter Fehl. Ey. Ihr nervt. So. Macht euch mal weg da. Äh. Und tschüss. Geil. Was? Der kommt wieder. Warum kommt denn der wieder? Ach Leute. Ihr nervt. So. Der eine ist weg. Sehr gut. So. Aua. Mann. Oh Gott. Ich bin so gut wie tot wieder ey. Ein Treffer und ich bin weg. Na toll. Scheiße. Gut egal. Ich nutze jetzt einfach mal diesen Speicherpunkt den ich mir hier gesetzt hab. Ja dann schieß. Ach dann nervt doch mich. Ey. Nervt doch nicht ey. So. Leute. Ach. Das kann doch nicht wahr sein. Boah ist das schwierig ey. Das ist echt schwer hier. Ich war aber schon weiter. Ey. So. Boah ich bin schon wieder fast kaputt. So. Ja. Weiter geht's hier. Na ja toll. Scheiße. Oh Gott ey ist das peinlich. Ich war doch schon viel weiter hier. Nein. Dann nochmal. Nervt doch nicht hier. So. Okay. Blöden Droiden hier. Äh. So. So. Genau. Zack. Weg damit. So. Was sind weitere Droiden? Ja ja. Baller einfach mal eure eigenen ab hier. Ist doch auch okay. Weiter. Na komm schon. Schieß doch nicht immer daneben. So. Ach du Scheiße. Das sind noch mehr. So. Alles klar. Da unten haben wir jetzt auch Scheiße. Ja toll. Ja der trifft nicht okay. Oh Gott das war blöd jetzt hier von mir. Ah und tschüss. Ja auch gut. So Leute. Na die Treffen nicht. Wo bleibt die Musik wieder? So. Die Musik ist hier ein bisschen verpackt. Nein. Oh. Oh Gott sei Dank. So ich hab meine Energie jetzt hier. Ach. Verdammt nochmal. So okay. Hallo. So. Was ist das denn? Tausend Punkte. Ui. Nicht schlecht. Nein. Oh Gott. Oh Gott sei Dank ey. So. Dann. So. Boah. Wow ey. So. Was. Oh hier gibt's auch keine. Hier gibt's keine Medizin oder so. Hier gibt's keine Medizin. Ich bin tot. Ich bin sowas von tot ey. Ich bin sowas von tot. Scheiße. Dahin ist noch einer. So. Nein. Scheiße. Habe ich denn jetzt einen weiteren Checkpoint oder? Nee. Okay. Dann. Wieder von hier. Ach. Mann. So. Dann. Dann hör doch mal auf hier. So. Und tschüss. Boah. Okay. Gut. So dann. Nee. So. Dann. So dann. Geht mir auf den Piss. So. Schubst ihn runter. So. Genau. Genau. Schieß euren eigenen ab hier. So. So. Die treffen aber auch immer. Ne. Ist irgendwie. Die treffen aber auch immer. So. 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 Guck dir jetzt mal. So. Alto. Hallo. Alto. Ja. Hallo. Alter Hallo wollte ich sagen. Boah. Boah. So. Ich hab sie doch. Was ist das denn? Ich hatte sie doch. Na ja gut. Egal. Dann. Ja. Ich darf mich nicht so von denen treffen lassen. Das ist irgendwie. Ich darf mich nicht so von denen treffen lassen. Hier. So. Genau. Dankeschön. So. Irgendwann kriegen wir das schon hin hier. So. Ja komm. Baller. So. Zack. So. Sehr gut. So. Okay. Dankeschön. Dankeschön. Ach. So. Das sind viele. Das sind echt viele du. So. So. Und schieß. So. Okay. Jetzt hab ich schon ein bisschen mehr Leben hier. Hm. Boah. So. Okay. Ah. So. Und dann. Zack hier. So. Hä? So. Baller. Das sind 1000 Punkte irgendwie. Okay. Sehr gut. Okay. Alles klar dann. Hab ich hier jetzt nochmal einen kleinen Speicherpunkt gemacht hier. Ich weiß das ist ein bisschen kacke. Aber gut. Was wollen wir da machen? Das Spiel ist unfair. Typisch altes Spiel ey. Da unten trennt noch der andere rum. Ja dann. Ich brauch ja die Punkte hier ne. So. Dann. Hallo. Der trifft den nicht. Okay. Ja gut dann. Schubst ihn runter oder? Keine Ahnung. Ach du. Da ist noch einer. Was macht denn der da unten noch? Was macht denn der da unten noch? So. Da ist noch der hier. Mach den weg ey. So. Boah. Gott sei Dank. Wir sind noch mehr ne? Wir sind noch mehr ja. So. Der ist weg. Puh. Schießen nicht ne? Shit. Okay. Aber nicht schlimm. Ähm. Nein. Warum hat denn der nicht gesprungen? So. Ja gut dann. Dann keine Ahnung. Ja. Ach Leute. Der nervt. Der nervt wirklich. So. Aber das macht schon Spaß. Kann ich dreimal springen? Ich konnte gerade dreimal springen. Ich bin schon wieder tot. Nee. Konnte ich nicht. Äh. Ach du Heilige. Das sind so viele Schüsse. So. Wie soll man die denn ausweichen hier? So. So. Schieß. Mach ich jetzt. Deine eigene Waffe platt. So. Okay. Gut. Alles klar. So. Der springt schon rüber. Na ja. So. Ich bin wieder tot. Ich bin wieder tot. Ich bin wieder tot. Schott ist das eigentlich kein Leben mehr. Ja. Danke. Arschloch. So. Okay. Arschloch. Trinide. Dann hier. Mach einfach hier. Mach den da unten im Arsch. Ach du Scheiße. So. Die Granate ist weg. So. Die schießen echt gut. Muss ich sagen. Ey. Die zielen echt gut. Ja toll. Scheiße. Ich bin hier voll am verkacken ey. So. Ich bin hier voll am verkacken. Mit dem Kack hier. So. Alter. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein ey. Ich bin hier voll am verkacken. Ich bin hier voll am verkacken. Und ja. Dann wünsche ich euch auch einen schönen Tag. Einen schönen Tag. Tschö tschö.